Mit der EX wollen wir die Erkundung von kritischen Metallen sicherer und effizienter machen. Dafür benutzen wir Fernerkundungsmethoden, um die Oberfläche der Erde zu kartieren, ohne das anzufassen. Wir einbieten Dienstleistungen für Bergbau- und Explorationsunternehmen. Hintergrund zu dieser Dienstleistung ist die Nutzung von hyperspektralen Daten, wo der Kunde kann diese Modelle drehen und sehen, wo die Punkte von Interesse sind. Weltweit sind wir die einzigen, die das tun können. Zurzeit braucht man eine Probe, also es bedeutet, dass jemand im Gelände geht, die Probe holt und ins Labor schickt. Wir können erstmal ein Resultat in Minuten oder Stunden liefern und das macht die ganzen Verfahren viel einfacher und effizienter. Wir sind gegründet, das Transferprojekt würde ich sagen, ist abgeschlossen. Die GmbH steht seit eineinhalb Jahren jetzt und wir verkaufen unsere Dienstleistung jetzt direkt über TRX GmbH. Die Idee war immer, dass wir eine Relevanz haben, also eine gesellschaftliche und auch eine Relevanz für die Industrie haben und wir haben uns gedacht, also was brauchen wir in die Zukunft, um die Exploration von Mineralrohstoffen mehr akzeptabel und mehr effizient zu machen. Richard ist eine extrem motivierte Person. Der pusht immer. Das ist sein Charakter, aber das hat uns geholfen. Das hat TRX gepusht und ich denke, dass ohne Richard, ohne seine Mühe und was er an TRX gegeben hat, wären wir heute nicht hier. Also ich denke, für mich war es immer die Vision und die Begeisterung und die Energie, das wirklich zu machen. Und meine Rolle war einfach, Leute auszubilden und zu begeistern, das Projekt wirklich zu verwirklichen. Und ich bin froh, dass sie das getan haben.